Okay, ich würde gerne versuchen, zum Auto zu rennen. Du willst mit dem Auto da reinfahren? Genau. Geht nicht, weil das ist so eine Verladerampe, also das ist schon ein bisschen höher gelegt. Das ist so ungefähr 1,50 hoch, damit du mit dem LKW so rückwärts reinfahren kannst und dann deswegen geht nicht. Aber die Idee war nicht schlecht. Die Idee war nicht schlecht, ja. Sie hat das mit den Stunts gehört. Ja, Auto, Renspans! Ja, das war schön, da reinfahren und... Mit durchs, das ist die Typ, wo die Alte auch noch gleich umgefahren, komm! Okay, dann muss ich mir was anderes überlegen. Nochmal zu den Tanks kurz, weil ich stehe da jetzt direkt dran, die haben wirklich keinen... Da kann man nicht ableiten, was da drin ist, ne? Da sind einfach nichts. Da sind nichts, okay. Ha, okay, das ist schwierig. Tja, dann würde ich einfach versuchen, noch ein Stück mich weiter ranzupirschen, ohne entdeckt zu werden. Die sind immer noch angelenkt, dann könntest du hier hin oder zu Doc, wo möchtest du hin? Ähm, nichts gegen Doc, aber ich glaube, ich würde dann lieber hinter einem anderen bleiben. Allein besser dran. Okay. Ne, das nicht, aber andere Gründe. Er riecht nach altem Mann. Ja, genau. Er riecht nach jeder Alälie. Er hat seinen Stuhl nicht im Griff. Ich hau dir meinen Stuhl über den Schädel. Iiii! Sehr gut. Okay, dann sind, äh, das war die Karosinen. Oh, ich hab die Nazis vergessen. Die können jetzt mal anfangen zu ballern. So, dann, das waren, was hatte ich gesagt, was hatten die am Schießen? Sechs, glaube ich, ne? Schießen, d-d-d-d-d-d-d, ja, W6, also zwei W6. Ja, die schießen so, äh, eigentlich, nö, die sehen ja nichts. Ha, die sind ja, haha, ihr seid ja unsichtbar. Also gehen erstmal, die vorderen Nazis gehen hier so lang, und, äh, die zwei hier vorne sehen plötzlich so eine komische Haarfrisur hinter dem Tank rausgucken. Und sie vom Doc natürlich. Richtig, die haben ihre Waffen gezogen, zielen da hin und sagen, raus, ah! Scheiß, gut, dass ich da hinten geblieben bin, Mann. Der Rest bleibt hier so ein bisschen da hinten verteilt. Das war nämlich mein Gedanke, ich wusste, dass die vorgehen. Ja, die sehen ja die beiden nicht mehr. So. Und der Typ bleibt natürlich hier hinten und hinter der Dame sitzen und brüllen und irgendwas. Voll die Römer-Formation. Aber, die hatten ihre Waffen ja schon vor. Die hatten ihre Waffen schon gezogen, genau. So, äh, das waren die Nazis, dann kommt jetzt die... Jetzt kommt Brand. Ähm... Der Doc, oh, den Doc hab ich vergessen. Die Fik 7. Gut. Sehr genau. Tatsächlich, ja. Man kann nicht in der selben Runde ziehen und schießen. Nein, nur wenn du ein Talent hast, das hat aber nur Brand. Scheiß, Brand. Ne, deine Mutter. Bringst uns alle in Gefahr, du junger Schnösel. Ähm... Andere Frage. Ja. Also, zwei Dinge. Erstens, diese Tanks. Sehen die nach Flüssigkeitstanks aus, oder? Das hab ich auch eben auch schon probiert. Also, du bist aber Wissenschaftler. Okay. Du könntest, äh... Ich gucke mal kurz. Weil, das wäre aber dann dein Zug, ne? Ach so. Du könntest eine Wahrnehmung auf Physik machen. Oder, ne, eine Wahrnehmung auf verrückte Wissenschaften. Einmal dran klopfen. Und dann könntest du es rausfinden. Das wäre ein W10. Okay. In dem Zusammenhang aber noch eine andere Frage. Meine Waffe. Ja. Mein, mein, mein langes, äh, äh, voll geiles Elektrogewehr. Äh. Ja. Macht das auch Sachschaden? Oder ist das einfach nur Strom? Nein, nein. Das ist schon, das ist schon... Äh, er sagt zwar... Kann ich da mit Löcherbogen reinballern? Ja, kannst du. Und du... Das Lachen dabei. Weil... Du, du weißt, also, du sagst zwar, du sagst zwar immer, es ist so ein Elektrogewehr, aber du weißt halt nicht genau, was das für eine Art ist. Also, das hatten wir beim letzten Mal nämlich bei den Fahrzeugen schon. Wegen Faradayischer Käfig und so. Das ist, das ist kein Strom. Du weißt so nicht genau, was... Ach so, das ist einfach elektronisch betrieben. Ja, ja, das ist so eine Maschine, du hast da irgendwie so mit deinem Hammer auf Zeug rumgekloppt und auf einmal hast du auf den Knopf gedrückt und dann kam vorne so ein Fusch raus. Und dann hast du gesagt, ja, das sieht ja gut aus, jetzt haben wir ein Loch in der Mann. Aber das muss ja Strom sein, weil so sieht Strom aus in deinem Kopf. Aber das ist kein Strom. Ach so. Na dann, verrückte Wissenschaften. Also, was möchtest du... Wobei, Moment. Nee. Was möchtest du jetzt tun? Ich hab mir überlegt, den Tank abzuklopfen, das bringt mir nicht allzu viel, wenn ich danach keine Waffe in der Hand hab. Vielleicht. Da stehen so zwei Nazis und zielen auf dich. Ey, wir knallen nicht ab. Klopf, klopf, klopf. Ah, ein Tank. Entschuldige mich, ich muss eben diese Tanks inspizieren. Das wäre vielleicht... Ich hab einen Laborkittel an, ja. Ich möchte darauf hinweisen, wenn du das machen würdest, würde ich mir was einfallen lassen, wie die drauf reagieren. Ich weiß jetzt gerade noch nicht wie, aber ich... Also, sie würden nicht einfach drauf losballern, weil das sehen die auch nicht jeden Tag. Ich hab eine Idee. Du gehst einfach ganz offen dahin und tust, als wärst du vom TÜV und würdest die Anlagen untersuchen. Ja, genau, das hab ich nämlich eben auch. Dass niemand der Fenster kaputt geschossen hat. Deutscher TüVs sind alt. Das muss da auch geprüft werden, ob die schusssicher sind. Vielleicht kommen da mal Leute hin und schießen einfach drauf. Da müssen die ja was aushalten. Also, ich klopf wirklich mal, ich versuch mal rauszufinden, was das so für eine Art Tank ist. Auch verrückte Wissenschaft. Dann bitte Wissenschaften, W10, W6. Ja, super. Ja. Mein Würfel ist meine Tastatur hochgelöst. Würfel neu. Verdammt. Ja, das war jetzt nicht besser. Und den Glückswurf. Genau. Den Weikartwurf. Glückswurf war eine 4. Eine 4? Und was war der andere? Eine 2. Okay. Ja, du klopfst dagegen und es macht so ein Pong, wo du weißt, okay, das scheint Gastanz zu sein. Aber du bist dir nicht ganz sicher. Du weißt doch nicht, was für ein Gast. Kann ich noch rüber brüllen, zu dem Anführer, ob er eigentlich bescheuert ist, in der Nähe von diesen Dingern rumzuballern? Nee, du kannst nicht mehr brüllen. Aber typ. Ja, was wolltest du, Vicky? War das ein ganz, ganz hohles Pong? Oder war es ein dichteres Pong? Es war so, dass er sagen kann, als Wissenschaftler, scheint Gastrin zu sein. Okay. Als Wissenschaftler sage ich, das muss etwas sein. Ja, bei Schweißgasen, wenn man dran klopft, hört man den Unterschied sehr gut, welches ist da oben. Ich bin jetzt nicht so der Mechaniker, das tut mir leid. Okay. Ich habe da keine Ahnung. Aber gut, wenn es Helium ist, also je nach Dichte des Gases hast du... Wenn es Helium wäre, wäre der Tank an der Decke. Aber wenn du jetzt eine Steigerung geschafft hättest, hätte ich gesagt, okay, du weißt, das ist vielleicht das und das Gas. Und wenn du zwei Steigerungen gesagt hättest, dann hätte ich dir vielleicht sogar noch gesagt, was es ungefähr für ein Gas ist. Aber mit der einfachen bestehenden Prüfung sage ich dir irgendein Gas. Wenn sie nicht mal was anschreiben, ist ja auch... Das ist einfach nicht GMP-konform sowas. Wie gesagt, da musst du erst mal hingehen. Du machst den ganzen Laden dicht. Entschuldigen Sie, Sie können ja nicht schießen. Ich muss den Laden dicht machen. Achso, entschuldigen. Ja, okay. Gut, Vicky ist ran mit Brent. Jetzt bist du wirklich ran. Beim dritten Mal darfst du dann wirklich was machen. Moment. Du liegst auf dem Boden und du kannst die nicht sehen, die können dich nicht sehen. Und Jimmy hat sich unter dir weggerobbt. Also du liegst jetzt auch flach auf dem Boden. Ich robe zur Tür? Du robbst zur Tür. Gut. Welche Tür? Warte, warte, warte. Ich will zuerst meinen Planerleiter. Ich robe zur Tür. Ja. Und ich habe eine Packung Kaugummis mit. Davon strecke ich mir eine so schnell wie möglich in den Mund, Kao drauf rum und dann stoppe ich ihn ins Türschloss. Darfst du erst mal bitte klettern, würfeln, weil das am nächsten kommt. Das ist doch total der Quatsch, weil die Glasscheibe ist doch eh in der Fritten und da ist doch so ein Gang drumherum. Da ist ja eine Glasscheibe explodiert, da liegen Scherben auf dem Boden. Ist der auf der gleichen Höhe oder? Ich möchte dir kurz erläutern, was gerade passiert. Denn du robbst gerade über Glasscherben, ohne Jacke, die du ausgezogen hast. Nein, nein, ist dieser Gang draußen auf der gleichen Höhe oder ist... Der ist auf derselben Höhe, ja. Moment, auf welcher Tür robbst du zu? Das war ja auch meine Frage. Achso, ja. Dann hat mein epischer Plan keinen Sinn, wenn es auf derselben Höhe ist. Okay. Ja, wenn das eine Treppe gewesen wäre, wo es halt rauf geht und dann ist nur diese Tür da, dass man in diesen Raum reinkommt, dann wäre es sinnvoll gewesen. Nein, nein, nein. Also pass auf, da ist eine Plattform da draußen, so aus Gittern. Und dann ist da eine Treppe zum Runtergehen. Ja. Hat diese Plattform angeschlossen. Wenn du zur Tür rausgehst, kannst du zwar, kannst du direkt, also hier zur Tür raus, dann kannst du hier direkt da auf die Treppe. Das ist doch eindeutig als Treppe zu erkennen. Ich bitte dich. Hm, okay, gut. Mein epischer Plan ist immer damit sinnlos. Yo. Ja, ich ziehe meine Waffe und gucke mal ganz, ganz kurz hinaus, um mal zu schauen, wer ungefähr wo ist. Dann lass ich's. Dann, ja, okay. Ja, okay. Gut, dann war's das für diesen Zug. Noch kein Joker übrigens. Äh, was? Brent, du bist großartig dieses Mal. Karo 4. Der wird immer langsamer. Es wird immer schlimmer. Äh, Jimmy? Oh, Peak 3. Aber ich möchte eine neue. Ja, stimmt, du kriegst eine neue. Was ist das? Peak 6. Ja. Dann nehm ich die. Musst du ja auch. Ähm, Doc? Sieben. Und welche sieben? Die Hertz. Sehr schön. Ich muss das für die Zuschauer zusagen, weil die sehen uns nicht. Ähm. Ja, das ist so uncool. Dann haben wir noch die Lady. Ja. Krotzen. Genau. Dann kommt der Typ hinter Valerie. Mit einer Karo 5. Und dann kommen die Nazis, die anfangen dürfen mit dem Karo König. So. Alle Nazis? Ja, alle gleichzeitig. Die kriegen eine Initiative. So. Also. Die Nazis da hinten sind immer noch, die warten immer noch drauf, dass da irgendwer mal kommt und irgendwas macht. Weil die stehen da gerade rum. Allerdings, diese beiden hier, die hier bei Doc, äh, Davenport stehen, die gucken den Typen an. Der steht da vor so einem Tank und klopft dagegen. Hm. Gas-Tanks. Ähm. Die wissen überhaupt nicht, was passiert. Die sind so perplex, dass da ein Typ steht in der Schießerei und irgendwie den Gas-Tanks überprüft, dass sie sich von ihm abwenden und hier so zur Mitte gehen. Damit will ich nichts zu tun haben. Nee. Da, da, das ist, da kann ich nichts. Da, das ist mir zu verrückt. Der ist nicht ganz dicht. Nee, der Gas-Tank, ja. Gut, dann, die Herz-Tank, bitte. Bin ich der Erste? Ja, du bist der Erste. Ach du Scheiße. Die Scheiße haben wir diesmal alle gezogen. Ziemlich scheiße. Aber dann sind sie für den Kopf dran. Aber wenn es alle sind, ist es nicht so schlimm. Richtig. Außer den Nazis, aber das ist leider tragisch. Von denen hat keiner bis jetzt Deutsch gesprochen, oder? Nee, die haben bisher nicht Deutsch gesprochen. Eigentlich wisst ihr auch noch nicht, dass das Nazis sind. Das sind auch nicht unbedingt Nazis. Nur der eine hat irgendwie was geschrien auf Englisch, um wegen Einbrecher oder sowas. Das war der Klaus-Adler-Typ hier. Genau. Der hat rumgebrüllt, ja, Einbrecher, Saboteure. Aber das hat auf Englisch geschrien. Ja, ja, ja. Okay. Beleidigt euch auch die ganze Zeit. Also brüllt die ganze Zeit im Prinzip rum. Du, Kalle! Saboteure! Die Deutschen werden die Welt erobern. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Ole, ole. Ach, hat er das ernsthaft? Meine Mama hat eine Nase. Hat er das gerade ernsthaft gesagt? So was die ganze Zeit. Der brüllt irgendein Kram. Ach so. Nee, nur über die Deutschen explizitament. Ja, ja, das hat er gemacht. Das hat er gemacht, ja, ja. Guck mal, dann schreie ich ihm auf Deutsch rüber. Seid ihr verdammt nochmal bescheuert, hier bei Gasdanks rumzuballern! Kannst du Deutsch? Ja. Tatsächlich. Du hast zum Frieden in den Gesichtsausdruck. Ähm, die, die kommt, das ist dein Zug, den du machen möchtest? Ja! Das, warte mal, dann muss ich... Du hast gesagt verrückter Wissenschaftler, verrückt. Du bist eine große Hitze. Das heißt nicht ganz gut. Ja, das stimmt. Lass uns mal gucken. Du hast irgendwie Charisma oder so, hast du auch nicht. Überzeugen ist auch nicht dabei. Natürlich nicht. Ich werde euch überzeugen, ich schreibe den einfach an. Der ist nicht ganz dicht, mein Gasdanks rumzuballern! Dann mach mal... Willenskraft, nee. Nee, Willenskraft ist, nee, ist auch nicht, passt auch nicht so ganz, ne. Äh, ja, mach mal, mach mal ne Probe auf Verstand. W8 und W6. Eigentlich sollte der Kerl Abzüge haben, er ist ja nicht klar bei Verstand. Okay, zuerst mal den Achter. Okay. Und jetzt den Glückswurf. Okay. Glückswurf 5, der Achter eine 7. Okay, keine Steigerung. Ja, die, die ganzen Scherken hier gucken sich ziemlich verwirrt an jetzt gerade. Die wissen da gar nichts draus auszumachen. Der Adler guckt dich auch nur an und sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, Amerikaner! Und das war's. Also viel mehr passiert nicht, aber die, du hast so das... Aber ich hab Deutsch gesprochen! Du hast das Gefühl, dass die Nazis irgendwie so ein bisschen Schiss vor dir haben. Also die Trupps, die drumherum stehen. Die gucken dich wirklich langsam sehr verwirrt an und haben irgendwie... Dein alter Mann schüchtert alle ein. Genau, ich will in der Hause so ungefähr. Und ich gebe... Der ist nicht ganz dicht, dem ist egal, dass wir rumwannern. Ich gebe dir... Dann wuschel dir die Haare, dann denken sie, du bist Albert Einstein. Ah, Albert, alte Hupe. Stimmt, dafür gebe ich dir auch ein extra Benni, weil das war eine ziemlich witzige Aktion. Sie waren doof genug. Also hast du jetzt vier. Gut, dann ist die Herz-Sieben-Warn dran, die Kreuz-Sieben-Warn. Das bin ich, ne? Yes. Wenn man auf den Gastank schießt, dann explodiert der einfach. Also nicht mit Feuer oder so, sondern dann bei Druck und so, ne? Also ich verrate dir jetzt nicht, was passiert, wenn du auf die Gastank schießt. Ich denke mal, also das müsste eigentlich passieren, weil das alles andere wäre komisch. Tja, ich bin halt nämlich am überlegen, ob ich da drauf baller, mal auf so einen Tank einfach. Aber gut, ich muss erst meine Waffe ziehen, ne? Ja, das stimmt. Dann ziehe ich mal meine Waffe. Du ziehst deine Waffe. Okay, das war dein Zug. Und ich ziehe meine Waffe! Ja, die Pik 6 ist dran. Das ist eben das Einzige, was ich noch nicht machen wollte, weil wenn ich die Waffe ziehe, dann schießen sie auf mich. Wenn ich irgendwas anderes mache, dann sind sie verwehrt. Das stimmt. Pik 6. Demis. Das war ich, ja. Kann ich meine Waffe ziehen und mich ein bisschen bewegen? Man kann sich beim Waffe ziehen auch bewegen, das ist nicht das Problem, aber ja, kannst du tun. Aber du liegst auf dem Boden. Ne, du kannst es nicht, weil du liegst auf dem Boden. Du kannst deine Waffe ziehen oder dich bewegen. Dann ziehe ich meine Waffe! Gut. Dann haben wir noch Brent. Ähm... Halt, Stopp! Die Nazis waren noch nicht dran. Die waren noch als allererstes dran. Klaus Adler war noch nicht dran, Entschuldigung. Stimmt, der ist direkt vor. Klaus Adler schießt mit zwei Sechsern und schießt wieder mit Abzug von vier... Ne, W10 und W6, Entschuldigung. Schießt in Richtung von dem Doktor, weil der geht ihm schon ein bisschen auf den Sack. Und trifft vor den Tank. Und der Tank explodiert und der Doktor auch. Wir haben eine Eins! Wir haben eine Eins! Eine Eins ist ja schön. Eine Eins ist großartig. Tschüss! Er schießt seinen eigenen. Ich lese es euch vor. Äh, Moment. Jetzt muss ich erst wieder die Seite suchen. Das ist ja immer dieses Geflubbel hier. No! Katze! Holy fuck! Kat! Kat! Äh, so. Während des Kampfes trifft jede Eins auf einem Schießenwürfel, ungeachtet des Wildcat-Würfels, automatisch den Gaszylinder, der dem Ziel am nächsten steht. Nö. Und verursacht eine Explosion von 4W6-Schaden in einer mittleren Schabolo. 4W6. So, der nächste Tank ist... Moment, ich brauch meinen Marker. Der unter, würde ich sagen. Ja, der muss ja schon in die Richtung gehen. Das ist der hier. Das ist die Richtung, wo er hinschießt. Ungefähr. Der explodiert jetzt. Ja, weniger. Das ist gut. Weil auf den hätte ich mich auch geschossen. 4W6-Schaden brauch ich jetzt. Das heißt... Tja, ich wüsste, der Dr. Evenpott hat ab jetzt einen Raketen-Gehstuhl. Moment, 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 Moment. Ich muss mal kurz gucken. Ich stehe hier... Ich bin in Sicherheit. Ich stehe hier hinter dem anderen Tank. Nicht, wenn das eine Kettenreaktion auslöst. Ja, ach. Habe ich mir auch schon gedacht, ey. Moment, der ganze Raum ist leer. Nur wir beide stehen da oben. Hey, cool, Feuerwerk. Yay! Von Kettenreaktion habe ich bisher noch nichts gesagt. So, 4W6. Ich habe 2, 3 Schaden. Das ist ja nicht so viel. Ich stehe meine Tastatur. 5, 9. 9 plus 3 sind 12 Schaden. Die haben eine Robustheit von 6. Ja, 4 Nazis tot. Und zwar diese hier. Bam. Weil der Tank... Also, der Typ hinter Valerie schießt in Richtung des Doktors. Ist aber ein bisschen gerade so aufgeregt, dass er halt sehr verzieht. Der Schuss schlägt in diesen Tank ein. Es gibt ein lautes Austreten von Gas. Eine Gaswolke bildet sich kreisrund um diesen Zylinder. Und die 4 Typen, die da relativ nah dran stehen, gucken nur total panisch, atmen einmal ein und fallen tot um. Yay! Das ist cool, weil das habe ich auch vor. Darf ich noch rüberrufen? Ich habe sie gesagt, du Trottel! Wir brauchen die Valerie noch. Das ist richtig. Aber die ist auch weit genug weg, wie ihr jetzt... Also, das könnt ihr... Nein, das sage ich nicht. Egal. So, jetzt kommt Braveheart. Äh, quatsch nicht, äh, Braveheart. Heartcastle. Brandt! Heartcastle, ja. Alter Katze, steck mal nicht. Ich will dir das da drüben, ich will noch. Geh weg von meinem Space. Brandt, bitte. Ja, also, ich ziehe meine Waffe. Habe ich das gesehen? Hast du schon gemacht, letztens. Du hast sie schon gezogen. Ja. Dann schieße ich auf diesen ganz linken, untersten, äh, äh, Tank. Achso, auf den Tank. Ganz links unten. Ja, okay. Der ist weit genug weg von der Valerie. Äh. Oh, Leute. Ja, okay. Äh, dann, äh, mach mal eine Würfenprobe, bitte. Jetzt treffe ich sicher gar nichts. Ich sehe es kommendes. Ja, aber plus zwei, weil es ist eben... Einfach den Tank, den nächsten Tank, in der Nähe her. Ja, stimmt. Äh, wie gesagt, also, äh... Moment, der ist bei mir. Schießenprobe, Schießenprobe plus zwei, ne? Das heißt, ich habe insgesamt, also, ich habe eine Acht gewürfelt, das heißt, ich habe zehn. Genau, das heißt, du hast acht, äh, du hast eine Steigerung, äh, also, die Robustheit von leblosen Gegenständen ist bei Savage Worlds immer fünf oder drei, weiß ich nicht, ich glaube, es ist fünf, aber ich nehme jetzt, ich nehme jetzt einfach fünf, ähm, das heißt, du hast eine Steigerung, das heißt, äh, ja, der Tank explodiert und du schießt, du schießt, äh, hier vorne so, warte mal, wo ist mein Marker, da ist mein Marker, du schießt hier vorne etwa hin, dass der, äh, der Gasaustritt so in die Richtung der vier Typen hier vorne geht und, äh, ja, auch die gucken sich plötzlich sehr panisch an und sagen, für's fahre Land und fallen tot um. Welch Ironie, jetzt werden die ganzen Nazis vergast. Oh, Entschuldigung. Wie trocken sie das auch raushauen, ne? Ja, ich. Welch Ironie, ich finde ich gut, ja. Ich würde es liken, wenn er für eine Facebook-Seite gab. Okay, ich, äh, muss einfach mal die beiden Dinger markieren, sonst vergesse ich das. Warte mal, das heißt, die, die Tanks, das läuft einfach aus und das explodiert aber nicht. Nein, das explodiert nicht. Oh, shit. So, jetzt wird's interessant. Äh, äh, Brand Initiative. Karo 10, das Höchste, diese Spielrunde. Sehr gut. Äh, nein, ist es nicht, denn Jimmy, Jimmy. Wuh, Jocker. Nein. Hätte nicht mehr anders gekriegt. Ach, jetzt raucht mir doch überhaupt nichts zu. Nee. Weil ich klein bin. Doch, David Port. Herz 10. Nur weil ich klein bin. Und die Lady. Oh, Peak 4. Also, jetzt haut ihr die Nazis immer auch reihenweise um, ne? Und, ähm, jetzt wird's interessant, denn, äh, der Klausi hat auch einen Joker. Erkläre ich gleich, was wir da machen. Und die Nazis haben eine Peak 5, äh, Kreuz 5, die paar, die da noch rumstehen. Wir machen jetzt eine Geschicklichkeitsprobe, lieber Demis. Es sei denn, nee. Äh, wann möchtest du dran sein? Äh. 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 Weiß ich nicht. Ja, das brauche ich, das müsste ich schon wissen jetzt. Als drittes. Als drittes. Gut, dann möchte bitte Klausi anfangen. Äh, Klausi guckt die vier Jungs hier an, die hier unten stehen und sagt... Nicht! Bitte? Nee, Entschuldigung, äh, die Karte wollte... Nicht! Nein! Äh, doch, doch, genau das machen die. Halt, stopp! Die, der brüllt die an, los, Granaten, Granaten! Und rennt, rennt davon. Hier hinten ist nämlich noch eine Tür, die ihr vorher nicht gesehen habt. Und, äh, er schafft es auch bis zur Tür und ist raus. Also, entsprechend, der ist weg. Also, hier aus dem Gebäude raus. Der ist nämlich ein bisschen fixer unterwegs. Der hat nämlich auch einen Joker. Deswegen. So. Okay, dann wäre als nächstes dran die... Herz 10. Das ist, äh, Shinji. Also, der Kerl ist jetzt gerade ab... Der ist ab. Der ist raus aus der Hintertür. Und da stehen jetzt vier Nazis und er hat gebrüllt, los, Granaten, Granaten! Granazis! Was das wohl bedeuten könnte? Ich überlege mir nur, wie ich jetzt reagiere. Ähm... Ja. Ja, okay, doch, der, der, der Doktor ist nicht ganz dicht. Ich, äh, ich spiel das aus. Sehr gut. Ich kann hier laufen und reden gleichzeitig. Ja, kannst du. Du hast das auch. Ja, das ist nicht ganz so weit. Nicht, ja, doch, das schaffst du gerade nicht. Halt die Luft an! Bis hierhin. Okay. Ich lauf auf, sie zu... Sag mal, habt ihr sie doch alle? Guckt mal, was ihr wieder angerichtet habt! Genau deswegen hab ich gesagt, das macht man nicht! Und ja, ich sag's auf Deutsch. Okay. So, dann ist jetzt D, was dran? Also sprich, Blaine zieht da jetzt einfach dem Doktor irgendwas? Denk dran, da sitzt noch eine Lady, die vielleicht eventuell auch noch da raus möchte. Maybe. Wie sollten sie fragen? Ja, äh, in ihre generelle Richtung. Jimmy, bitte! Ja, ich lauf die Treppe runter. Ja, du kommst bis ungefähr hierhin. Ja. Bis zur Treppe. Was soll ich anders machen? Du kannst aufstehen und hinrennen. Ja, ja. Okay, äh, dann bitte... Brent. Brent? Ähm, die Kroasse. Ich stehe auf und ich laufe hinunter so schnell wie möglich und schaue, dass ich halt, äh... Ja, du kommst bis hier, weil da steht Jimmy im Weg. Mitten in der Tür! Du kommst ja nicht vorbei! Habe ich noch in meiner Aktion Zeit, ihm in den Rücken zu treten? Ja, dann möchte ich aber eine Schadensprüfung sein für mich. Aber ich hab Talent ausweichen. Hä, 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 hä. Und Erstschlag, wenn dann trete ich dir zuerst. Stimmt auch. Äh, okay, dann haben wir noch die Lady, die irgendwo ganz da hinten rumhängt. Ja, es ist ein bisschen problematisch, weil, ich mein, der Tank ist jetzt zwar weg, aber, ähm, ich glaub, wenn ich jetzt schieße, ich hab Angst, dass ich die Journalistin treffe. Also, also, es gibt noch einen Tank da rechts unten, aber... Ja, müsste ich mich halt erst wieder auch noch weiter ran wagen, damit ich schießen kann, würde ich sagen. Ja, und die Journalistin ist halt doch relativ nah an dem Teil dran. Ja, ja, also, ja, ich mein, dann würde ich auch auf die Nazis schießen wollen, aber, äh, ich hab Angst, dass ich halt auch die Journalistin treffe, ne? Ist ja dann nicht das Gas, das da ausgeströmt, ist schon weg, oder? Ja, das ist, das verfliegt sehr schnell. Okay. Ähm, ja, dann werde ich auch einfach, ähm, ein bisschen näher ran, wobei ich jetzt ein bisschen, ja, will ich doch unter den Tanks bleiben, ist die Frage. Also, der Tank, der hier durchgestrichen ist, der hier, der ist leer, ne? Also, da kann dir nichts mehr passieren. Ist halt so, wenn man so einen Gastank als Deckung hat, einerseits... Was für heute schief geht? Andererseits yay, andererseits öh. Klingt ja in der bombensicheren Nummer. Ha! Ja gut, dann riskiere ich's und lauf aus der Deckung raus. Wohin? Kannst du das auch reinstellen. Okay. Wie weit kann ich denn? Kann ich mich überhaupt ziehen? Kannst du das nicht? Doch. Kannst du, okay. Wie weit kann ich denn? 50? Ja, ja. In den Tank rein kannst du nicht, du bist leider nicht Houdini. Was? So. Ja, und das ist okay. Gut, dann ist dein Zug aber auch vorbei. Ja. Haben wir noch jemand? Die Schwachmaten. Ne, das waren alle, ne? Die Schwachnazis. Die Schwachnazis, ja, die müssen noch dran, richtig. Und zwar werfen die jetzt mit Granaten tatsächlich. Jetzt muss ich wieder gucken. Das ist gelesen, furchtbar. Aber ich komme langsam näher nach unten, weiter nach unten. Deswegen kann ich schneller an die Stelle, wo wir gerade sind. So. So, wenn die Schuppen merken, das ist ein Granate. Reichweite 15, 20. Okay. Also den Doktor schaffen sie locker mit den Granaten. Schaden 3, wie 6. Ja, die werfen euch zu spielen. Die werfen aber relativ wild. Also die haben alle immer noch ein bisschen Schiss vor dem Doktor. Die werfen auch nicht auf den Doktor. Die werfen einfach alle in den Raum rein. Und ich brauche auch nicht würfeln. Denn die werfen alle in den Raum rein, ohne den Doktor zu treffen. Vor dem haben sie immer noch irgendwie. Die haben wohl das Gefühl, wenn sie den treffen, explodiert der. Mehr Angst als für den Gastank, Mann. Auf jeden Fall werfen die Granaten. Und zwar in Richtung der Tanks, die noch da sind. Außerdem hier unten, weil da werden sie selber tot. Und ja, es explodiert alles um euch herum. Und ihr merkt so langsam, okay, diese Halle wird jetzt nicht mehr allzu lange stehen. Und in dem Moment rennen die Nazis auch raus und sind auch zur Tür verschwunden. Ich finde, wir sollten das als Taktik benutzen. Mein Doktor schicken. Ich möchte euch das erklären, spielerisch, weil das waren jetzt eigentlich zwei Züge. Aber durch die Explosionen und durch das Gewackel und durch das Ganze, was da passiert ist, brennt überall und es kommen überall Teile von der Decke und so. Seid ihr so abgelenkt, dass die Nazis Zeit haben. Und dann abzuhauen. So, und dann sind wir hier. Ja, sicher. Da ist man erstmal damit beschäftigt, seine eigene Haut zu retten. Ganz genau. Wir müssen unsere Miss Heart, wie ist sie? Brave Heart. Brave Heart, ja. Müssen wir retten. So, Moment, 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 Moment. Shit, der Doc ist zuerst da. Damit ist es sein Love Interest. Da keine Nazis mehr da sind, brauchen wir jetzt auch keine Initiative mehr. Ihr könnt mir sagen, was ihr tut, aber bitte immer noch im Rundenmodus. Also, wir haben immer noch Rundenmodus. Ihr seid nicht frei in eurer Entscheidung, aber... Ihr könnt jetzt nicht hingehen, aufbinden, losrennen und Autofahren, alles gleichzeitig zusammen. Ich hab die Werkzeuggürtel. Das ist richtig. Ich hab da einen Bolzenschneider. Sagt mir, was ihr machen wollt. Also, ich geh zur Lady hin und schneid sie auf. Also, ihre Fesseln. Ja, okay, okay, du gehst erstmal hin. Das ist dein Zug. Was möchten die anderen tun? Ich laufe so schnell wie möglich runter, laufe auch zur Lady. Und wenn das schon besetzt ist, dann laufe ich halt schnellstmöglich zur Tür. Ja, was denn sonst? Also, du musst mir schon sagen, was, weil die Lady ist ja besetzt. Ja, ist beides in der Richtung. Äh, die Tür, wo du reingekommen bist, ist hier hinten, ne? Also, da laufe ich auf jeden Fall hinten raus. Ja, ich laufe die Tür, wo die Nazis raus sind. Wir müssen denen ja nach. Ich, äh, hm. Ja, du kannst es versuchen, aber... Also, das dauert eine Weile, ne? Ja, ja, eben. Ja, gut, ja. Aber du rennst mitten durch eine explodierende Halle, klar. Und schlimmstenfalls stehe ich dann, schau kurz raus aus der Tür mit gezogenen Waffen und sag so, sie sind weg. Okay, also, es ist noch alles am explodieren, ja? Ja, also, es ist nicht so, dass es jetzt richtig explodiert, aber es ist so, es gibt so kleinere Explosionen, die sich immer weiter steigern. Ja, okay. Ja, gut, äh, sonst hätte ich jetzt gesagt, weil die Journalistin, die sieht ja doch ein bisschen gut aus auch und ich kann eigentlich mit Frauen, die auch gut aussehen, eigentlich überhaupt nicht. Ich mag dich gar nicht und deswegen, ähm, dachte ich, wollte ich jetzt nicht zu der hin, sondern mir erstmal so die Leichen angucken. Aber wenn du sagst, das ist natürlich, wenn, dann kann ich keine Zeit haben. Die ganzen vergasten Leichen, meinst du? Ich guck mal, ob die irgendwas ganz schnell, ob die mal irgendwas Nützliches haben und... Der hat der Eis.